Musik So, eine Formation hat die unter 42 begonnen. Wenn ich es richtig gesehen habe, das war Erwin Srenkis, der Mann aus der letzten Startreihe da hinten. Der hat die 5 Sekunden Strafzeit erhalten. Auf seine Fahrtzeit bin ich jetzt hinzu an ihr. Und genau das ist natürlich wiederkehrend. Der Feldkirch hat wohl den Motor abgewirkt bekommen. Ausfall des Motors, da wurde es ganz feuer. Und jetzt kommt natürlich das gelbe Tunhaus. Wir sehen, wie es die ganze Zeitposten auskommt. Musik Der Rennleiter entscheidet sich für Rennabrumm. Rote Flagge. Der Rennabrumm. Der Rennabrumm. Die Situation war für die Fahrer nicht erkennbar. Der Rennabrumm. Der Rennabrumm.